Herzlich Willkommen hier in Empathausen. Dieses Wochenende steht unser Dorf Kopf, denn wir feiern die bisher wohl größte Kermis unserer Geschichte. Jawohl, am Freitag starten wir mit unserem traditionellen Kermis-Gottesdienst, wo alle Mädels, sie und Jungs mit ihren Fashion-Klamotten in die Kirche gehen. Danach sagen wir zusammen mit den Jungs von Brunnybeats einmal richtig Danke. Acht DJs und das Ganze für Eintritt frei, Leute. Am Samstag feiern wir eine richtig fette Party mit unserem Rhön-Superstar Marilena Kirchner. Danach kommen die drei Fashion-Burm, die Dorf-Rocker. Nachdem die Musik noch nicht lange aus ist, starten wir schon wieder in den nächsten Tag. Wir fangen an mit unserem riesengroßen Gaudi-Frühschirm. 50 Kermis-Gesellschaften und viele tolle Preise. Nachmittags macht der Magic unseren Familiennachmittag und wir beenden die Kermis mit unserer traditionellen Kermis-Wertigung. Wie ihr seht, Leute, ein tolles Programm mit vielen Überraschungen, die noch auf euch warten. Wir sehen uns dann in Empathausen. Prost! Vielen Dank!